Hallo, euer Bein Kühler mit Rechers, willkommen auf dem Abonneskanal und zu einem kleinen Fnaffei-Game, wo ich mir sagen will, die Demo von Five Fights at Diego. New Game. Hört sich ein bisschen alt nach Italienisch an oder täuscht mich eine Note oder Spanisch? Italienisch oder Spanisch? Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ich auch ein bisschen gebildeter bin. Kein Sound? Oh ja, Jesus Christ. Was ist denn das? Oh Leute. Wie soll ich? Ach du Scheiße. Was soll ich denn tun? Light geht nicht. Dort geht auch nicht. Ich kann überhaupt nichts machen. Really? Ich komme da bald nicht hin, ja. Hä? Er läuft. Ist doch hier aus einem Anime, oder? Ja, wenn ihr das wisst, dass welchem Anime das stammt. Dann schreibt es bitte in die Kommentare, damit ich auch ein bisschen was weiß. Aber so weiß ich auch nicht. Really? Continue. What? Hehehe. Was soll ich denn tun? Ich hoffe nichts. Ja, komm. Ey, Chuck. Was? Door? Hä? Ah! Mit WASD! Ah! Und Light? Hab ich da auch noch ein Light? Jo, ich hab kein Light. Ich weiß nicht, ob ich Light hab. Oh, Jesus. Oh, yeah. Holy moly. Er ist hier. Da ist einer. Ich guck einfach mal, ne? Ob ich irgendwas sehe. Wenn jetzt noch ein bisschen Sound wäre, wäre eigentlich schlecht, ne? Im Game drin. Ist halt ein zusammengepacktes Spielchen, ne? Mit Figuren aus anderen Serien, Filmen, Spielen, was weiß ich. So. Auf was sie sieht, Leute. Schau, wie die Zahl unten des 99 unterm Tisch verschwindet. Oh. My. God. Is it crazy? Aber ich liebe ja so verrückte Sachen. So, wie der Tisch waggelt. Ich glaub, da werden die Lände nicht zu stark. Also, ich hab A ist das und D ist die Tür. Aber Light? Bum. Bum. Keine Ahnung. Kein Blasendunsch. Vielleicht sieht man ja. Achso. Nullcheckung. Bum. Aber wer weiß das ja nicht vorher, ne? Wo muss ich das erstmal durcharbeiten, hier? Aber wie, oder was? Äh, jetzt bin ich wieder auf A gekommen. Im Prinzip kann ich ja eigentlich die Türen zulassen, ne? Aber es kommt keiner. Moi. Warum kommt keiner? Das Problem ist, geh ich in den Monitor, dann... Sch... Ah. Tür ist geschlossen. Weil ich hör ja nicht, ob er weg ist. Er ist weg. Er ist weg. Na, das hätten wir doch gepackt, oder? Lol. 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 Holy Moly. Also am besten... Äh, jo. Am besten immer in der Office bleiben. Hilfe beim Überleben. Tierisch. Office is safe. Office gehört im Rosti. Die Office gehört mir. Moi. Ihr wisst, mir. Am alten Mund. Der alte Mann, der ja gar nichts kann. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Keiner kommt, keiner kommt, keiner kommt. 1-4-1-2-1-3-1-4. Wer steht dort vor der Tür? Es ist der kleine Rossi-Mann. Der so ist in den Spann. Tut-tut-tut. Hallo? Hallo? Ah, gut, schon, oder? Wieso kommt keiner von links? Weil's die Demo ist? Ich weiss nicht. Das ist... Ich weiss nicht, was soll ich sagen? Können wir da reingucken? Oh, lieber nicht. Nachher verpasse ich noch was. Wenn wir wenigstens ein bisschen Sound hören, ne? Da bräuchte ich nicht so viel labern. Oh, okay. Man packt halt irgendwelche Bilder von solchen Serien rein, packt zwei Türen in der Office, und dann hat man ein Spiel. Ist einem im Prinzip simpel, ne? Der simpel macht simpel. Ich simpel. Ich honk. 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 I'm honky, donk, man, I don't know. Warte was, ne? Ich hab gedacht, da war was. Aber es kommt ja noch keiner, ne? Es kommt keiner. Es kommt keiner. Es kommt keiner. What the hell goes on here? Blah, 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 blah. Duh, bluh. Ich trau mich nicht in die Kamera zu gehen. Nachher stell' ich vor der Tür. Stell' ich Ding-Dong-Ding-Dong. Wer steht da vor der Tür? Es ist der Exekutor. Es ist der Exekutor. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da. Oh, Mann, Herr, holy moly, wie wirst du? Es ist 1.34 Uhr, Sonntagmorgen. 8.09. 2019. 19? Ja. Jo, geh fort. Kommt doch jemand, oder was? Magen wir jetzt keiner mehr? Ich glaub, jetzt hab ich sie verjagt. Oder wie? Oder was? Hä? Hallo. Kommt doch jemand? Oder kommt keiner mehr? Ja, gute Frage. Nächste Frage, ne? Das ist die Question. Ich bin dein Vater. Nein. Ich hab keine Kinder. Nur, wen's interessiert. Ich bin kinderlos, tadellos, hemmungslos, willenlos. Alter Mann. Wie's halt so ist, wenn man alt wird, ne? Ich geb euch einen guten Tipp, werdet ihr nicht so alt wie ich. Oder ihr seid halt genauso verrückt wie ich, dann ist okay. Aber wenn ihr mal in das Alter kommt von wie ich es bin, dann seid ihr dann so ganz stinknormaler geworden. Das ist halt nicht gut. Aber wie sie durchgehen halt bleiben, jung bleiben, sich jung fühlen, mitten rein ins Geschehen unter den jungen Leuten, dann macht das Spaß. Meistens. Manchmal fühlt man sich ja noch halt. Aber ihr werdet das alles noch selber lernen. Erfahren. Oder so ähnlich. Irgendwas muss ich erzählen. Sorry. Irgendwas. Es passiert halt auch groß nix, ne? Und wenn er kein Sound ist, wo man sich ein bisschen ablenken lassen kann. Und so ein Gimmick gibt's auch nicht. Oh. Oh. Hi. Wintobu. Prämie in Viore. Menü. Prinzipale. Jo. Äh. Jo. Es ist... Klklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl. Es gibt zwei. So. Prämie. Wie. Ich bin die alle fünf. What? Ja. Was geht jetzt ab? Was ist jetzt? Oh ne. Oder? Noch einmal. Er kommt schon. Scheiss. Äh. Was ist denn das für einer? What? Was war denn das für ein... Was war denn das für ein... Was war denn das für ein... Wer war denn das? Den kenn ich ja gar ned. Wer war denn das? Uh. Das sieht aus wie so'n... Wie heißt's? Äh. Oh. Scheiße. Ägypten. Anubis? Anubis, gell? Seh ich das richtig? Anubis. Ich glaub. Ich glaub das ist ein Anubis. Der Anubis? Iuuu. Iuuu. Jetzt kommt er schon weiter. Huuu. Huuu. Five night. Die Ego. Oder ist das voll waschen? Ich... Ich... Er kommt schon weiter. Jetzt kommt aber keiner mehr rechts. Warum nicht? Jetzt kommt einer links und keiner mehr... Iuuu. Geh verd... Man muss also nur kurz... Das Ding der Form... Pfff. Jesus Christ. Meine Fresse. Meine Fresse. Also ich mach dir... Ich mach jetzt nur noch diese Nacht, weil... Ich nehm jetzt auch schon wieder... Neun Minuten auf. What? Was macht ein alter Mann hier? Ach... T... 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 auf der drum. Tom. Ich weiß nicht. Leute, mir geht so langsam wirklich der Gesprächsstoff aus. Kann ich erzählen, ich hatte einen tollen Live-Zim. Mit dem Reaper, mit dem User. Bei Day by Daylight kann ich mal erwähnen. War echt schön, hat mir viel Spaß gemacht. Und wir sind sogar einmal zu dritt alle drei Ecken gekommen. Yeah! Obwohl, ich bin ja eigentlich der Mieseste von allen. Ja, klar. Oh, sorry, Leute. Eine Nacht kommt nur einer von rechts, eine Nacht kommt nur einer von links. Oh no. Naja, aber ich weiß jetzt nur noch diese Nacht und dann, weil ich lieber schon wieder 10 Minuten und 60 Minuten... Oh, ich geh... Und tschüss, Anu. Was abmachen, ey. Egypt. Tschüss. Ob. Ob in die Pyramide hier. War Anu, bist nicht ein Pfarrer oder so? Ich weiß nicht. Ich glaub. Ob wir mal was Höheres. Ja, Anu, bist. Aber falls ich falsch liege, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Nicht, dass sie hier die ganze Zeit Scheiße erzählen, was ich ja sowieso mach, aber... So falsch ist auch das... Ich hab keine Freunde von euch, ne. Ups, crazy. Wie gesagt, man macht es ja nur mit A und D. Mehr hat man ja nichts zu tun, ne. Er steht halt einfach vor der Tür. Manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht, ne. Manchmal kommen sie wieder. Ich könnte eigentlich hier gucken, aber nachher könnte mal einer von rechts sein, dann bin ich hier der Depp, ne. Der Vollhorst. Honk. Oh, steht der Vollhorst. Hört sich zwar nach einem Titel an, aber nach einem ziemlich bescheidenen Titel. Der Vollhorst. Der Klingt mich grad so positiv nicht. Hallo, again. Ich sag einfach nur... Hallo, again. Really? Habt ihr doch gewusst? Auf einmal kommen nämlich beide, links und rechts. Habt ihr gesehen? Ja, hallo. Ich hab doch gewusst. Ich hab's gewusst. Dass sie irgendwann beide kommen. Und dann bist du nämlich hier, der wirklich vollhorst. Wenn du hier aufpasst. Da lässt sich einlullen und rums rumschauen. Verstehst du, bist du tot. Und da waren zwölfeinhalb Minuten grad wieder für ein Puppes, ne. Auch nicht mit dem Rosti, Mann. Mann, muss ich mal vorstellen, was ich da hier mache. Was mach ich hier? Ich weiß es nicht. Was macht er da Rosti, Mann? Blödsinn, Märmung. Wie immer macht, wenn wenigstens ein bisschen Geräusche werden. Aber das ist so langweilig. Jesus Christ. Superstar. Jesus. Superstar. Nein, moviestar. Moviestar. Oh, oh. I think you are. You think you are. Movie. Moviestar. Ich kenn das Lied, ne. Ist ja schon uralt. 70er. Juh. Bang. Bang, bang, bang. Aber wieso kommt er von rechts nur einmal? Besser ist das für ne, ne? Gibt's nicht mehr so viel hinter die Ohren hier. Was sind denn die Löffel, heißt so, ne? Umgangssprachlich. Aber zwei Nächte haben wir ja schon mal durchgepingt hier, ne? Immerhin war es ein kleiner Erfolg, ne? Aber mehr Nächte mach ich nicht, weil sieht's mir jetzt sogar aus. Ich nehm schon fast 14 Minuten auf. Ja, hallo? Bin ich der Örtel von dem Örtel oder was? Jo, mach doch jetzt mal 6 cm, damit wir endlich mehr zum Ende kommen. Ich muss aufs Klo. Hehe. Jo, hi, Winter. Hi, Winter. Enter. Was? Nacht 4? No. No. Warning. Cristo Chigabara. Ja. Was? Ne. Ja, Freunde, das war hier Five Nights at Diego. Ihr könnt euch gerne selber runterladen, selber mal probieren. Ich bedanke mich mal für's Zusehen. Würde mich freuen, wenn du wieder eintragen bist auf einem Rostekanal. Schreib was in die Kommentare, bewerbe doch dieses Video, aktiviere die Klocke und weiß auch noch genau, warum damit aufs Kämpfe drücken. Press the Hitbutton, subscribe and channel. Ansonsten genieß das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander, verhaut sich nicht. Du bist zum nächsten Mal. Ich sag schon wieder und fingere dich uns. Euer Rostekretner. Thank you and goodbye. Adios, amigos. Bye bye. Und dann, Jesus. euer Rosteklitziger. Dann, Jesus. Ich sag schon, dir mal mit mir und